Konnichiwa meine Freunde und heute ist mit dabei der Komadike F. Ich grüße Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, dann solltet ihr es jetzt nachholen, denn im Vlog war er mit mir in Japan oder ich war mit hier in Japan, das kann man jetzt sagen, wenn man will. Für eine herrliche Zeit. Solltest du dich mal kurz nach hinten drehen? Das ist eine wunderschöne Osaka Cap, so, ja. Die haben wir ja sogar alle, beide. Ich hab meine bloß nicht auf. Unterklepp. Unterklepp. Und ja auf jeden Fall schaut mal auf seinen Kanal, denn da ist auch noch weiterer Vlog. Äh, von Japan und richtig gut gemacht. Ich hab heute schon kommentiert, sogar bessere Quality als meine. Das muss man so zugeben. Einfach noch ein anderer Blickwinkel. Ja, das ist richtig nice. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir gucken, äh, wir Abo, äh, ja. Cringe-Complation. Kannst nicht mal richtig. Complation. Also, in dem Sinne sind das eigentlich, ich würde jetzt mal sagen, Leute, die es ein bisschen übertrieben haben mit dem, äh, Otaku sein. Ja. Und wir wollten es nicht direkt über die Leute lustig machen, aber ich glaub, eigentlich schon. Ich hab aber keinen Hass gegen die Leute. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Du redest nicht um Kopf und Kragen. Ja, nein, nein, wir fallen ab. 3, 2, 1, los! Und sowas meinen wir. Das ist jetzt nicht, ich mein negativ, ich glaub, ich spiel jetzt einfach nur Rollen ab. Vielleicht hab ich mal kurz reingeschaut. Okay. Aber... Aber... Deswegen, wir kommentieren, wir reakten einfach nur, wir wollen es nicht über die Leute lustig machen. Ist das gar nicht so schlecht von der... Das ist halt auch immer das Ding... Hey! I had to give you something! Ich, also ich find jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nicht schlecht. Aber für jemanden, der das nicht versteht, der kein Anime-Fan ist, ja, wir würden sagen, was ist mit der los? Wir sind sowieso Freaks für alle, die keine Anime-Fans sind. Ja, stimmt. Ich mein, kommt in mein Schlafzimmer... Nein, kommt nicht in mein Schlafzimmer! Aber das ist alles voller Anime-Stuff und es sieht aus wie ein Kinderzimmer und das könnte für manche heute creepy sein. Okay? Okay? Tschüss! Wir müssen... Aber... Einschlafen! Ja! Wo ist mein Ende? Au! Ja! Nein, das war auch nicht falsch. I love loving... Cats and sun... Pizza and sun... Fears like living in a dream baby... Das ist eine grazige Stimme, Alter. Ja, übelst! Soll ich ein Feature mit dem Gingli draus geüben? I love loving you... Everything... That you do... Ach, war nicht richtig? Ja, das war nicht richtig. I love loving things... Und zweimal synchronisiert... Einmal gucken, einmal tief... We're done! Next, put on white concealer on your lips. Because Anna Characters don't have lips. So put powder on that, so it's not like... Okay, ich weiß bei ihr nicht ob es jetzt ein Witz sein soll... I can't think of words. I can't speak English right now. I can't speak English right now. It's so cool! Next, it's time for accessories! Yeah! Let's do that! Okay, so first is this Necklace... And this is painted... My knee is in Nihongo! It's so cool! Next, this Necklace... It's so beautiful now... It's so beautiful now... It's so beautiful now... It's so beautiful... I'm gonna cry! Next is my Necklace color with a bell... It's so cool! It's so cool! That's the outrageous one! Wow! Dead green screen! It's like an anime intro, right? This is... Mein größer Bruder! Der Herbert! Wie ist es immer mal bei Japano-Strappeln? Strappeln ist gezeichnet! Wer wird mit diesem Mann mit unsere Eltern? Die tot sind! Die tot sind! Die tot sind! Du heißt Ciao und du heißt Zia aus! Zia aus! Tritt sich Thomas aus! Weißt du was noch fehlt? Der japanische Originaltext und... Der englische Roboter! Hier wieder unser Freund! Aber ich glaube der macht halt wirklich Kompeti einfach... Ja ja klar! Umaru! Umaru! Oh! Beautiful Ice! Das klär mir nicht drauf, diesen Insider! Warum Banane? Wenn ihr wollt, dass sie den Insider aufklären! Schreibt sie in die Kommentare! Beautiful Ice! Okay! Mir wird gleich ein bisschen schwindelig, wenn ich sie in die Kommentare zuhose! In der ersten Zeit, in der ich durchgegangen bin, ist, zu entscheiden, ob ich oder nicht bin japanisch! Und... Und... Wie... Wie... Ich kann sie nachdenken! Ich kann sie nachdenken! Also... Ich will dich gar nicht lachen! Ja, ich auch nicht! Ich weiß nicht! Wir sind gerade genau so klar! Da haben wir vorhin noch drüber gesprochen! Wir sind quasi Transgender! Nur halt nicht, dass wir mit dem falschen Geschlecht geboren sind, mit der falschen Nationalität! Das ist schade! Du hast mich echt krass mit Transgender gesagt! Das sind Japano-Transgender! Kriegen wir dann wie in South Park so eine Trette? Die haben wir schon wieder getroffen! Oh jetzt hier! So eine Japano-Plastik-Clip! Wo geht's los? Schaut ihr an? Der ist ja eine Schraube! Also der Schneier, wenn du sowas sagst! Der Schneier! Der Schneier! Der hatte ich immer so cool! Was läuft jetzt los? Das war's? Das war's? Ich hab so das Gefühl, das ist so... Before school, I had the best balanced breakfast! The best balanced breakfast? I run around everyone at school, denn sieителя sí irgendwas! Oh Jahre alt! Das war's구�controlled! Der Rod양 des Freizeit, den theatre! Dein Drucker. Das war's doch krass! Aber 좋아 ist der Facebook! Oh, wer ist das wahrscheinlich irgendein Fan, oder? Das ist halt immer... Wer hat ja voll japanisch kam, der ist es mal. So schlimm, dass normale Leute, glaube ich, bei all das lachen können und das absurd finden und wir doch Respekt dafür geben. Okay, da muss ich sagen, das ist süß gemeint, aber nicht gut umgesetzt einfach. Das ist zum Beispiel so Schul-Ding und die dann, wir machen Japano-Ding nach. So, so, so. Super-Contest. Made-Cafe, Made-Cafe. Oh, Made-Cafe. Aber halt, das ist schlecht grad. Den richtigen Made-Cafe-Dance, den haben wir auch in unseren Vlogs ganz heimlich aufgenommen. Ja. Oh, mein Vater hätte mich umgebracht. Er hat es gleich zweimal verkackt. In this moment, he knew, he fucked up. Nein! Ist es abgebrochen? Ne. Oh Gott, ich mach gerade selber dieses Video noch bei DASH! Verdammt! Verdammt, ich werde bei jemand andern Reaktet gleich sehen. Ich weiß nicht, wie ich bin hier so. Video-Oception. Aber er ist halt schon sehr dabei. Ja, er ist mit Feuer und Flamme, habe ich gerade gesehen. Und crazy, drugged Weaboo. Drugged Weaboo? Ich wollte gerade sagen. Bruder, was hast du denn mit Teller? Ja. Oder er hat halt wirklich Kontakt mit drin drin. Oder er ist einfach wirklich voll drauf. Seriously, drugged Weaboo? Drugged Weaboo? Ich würde gerne wissen, wie viele Klicks so ein Video hat. Warte. Yeah. Okay. Happy Birthday to you. Nein. Wow, hart, hart. Happy Birthday, Kotonoha. Happy Birthday to you. Ist schon hart, ist schon recht hart. Der Arme? Was ist der Kinoskoteroha? Echt? Jetzt küsst er. Also, lass aus, los, puste aus. Yay! Yay! Du hast es geschafft. Swapman. Night Raimi. Oh, ein Teacher-Sensor. A-Fro-Sensor. Afro-Sensor. Ah, was ist das? Nur wenn es so meinst. Ich hatte auf Arbeit der Arschwarze, da habe ich ja immer abgesagt. Dann haben wir den Abwarten, ich hab immer drüber gedacht. Sie sind da gar nicht so uncool damit, wenn es der richtige sagt. Solange es dich rassistisch meint. Ich kann sagen, dass du zum Schwertchen gegangen wärst und das ist für dich... Hä? Was ist das jetzt? Falko Kick! Falko Kahn! Falko Kick! Icemeckhammer! Chidori! Icemeckhammer! Chidori! Fisch zu der Fire Dragon! Attack on Titan starts on pretty fucking standard, you know. Tragedy strikes the peaceful home and the main character decides to get revenge, all that good stuff. It has the makings for a very good series. I'm not going to say it's bad, but it is the most overrated thing I've ever fucking seen. Motherfuckers on Twitter all talking about, it's great! Oh, Mikasa's my waifu! Mikasa's my waifu! Let me get this one thing straight about Mikasa. I know the only reason she's equally liked by both genders is because she has short hair and hardly any tits. You realize how whenever there's a big girl in your life, it's cool and never there's a big girl who's going on there. Oh, don't let go! Don't let go! Don't let go! Oh, oh god, was? Is einfach so vorher abrupt geendet jetzt. Ah, man. Was machen wir denn da? Ja. Die Dingspädeligste. Das ist ja schon wieder krass. Okay, ja, das war's mit dem Ding. Ich kann es jetzt nicht zuhören. Das eine haben wir gefeiert, das andere war halt einfach lustig. Einige haben es lustig gemeint, andere waren halt einfach wirklich in einer anderen Welt. Manche sagen halt einfach nur verwirrend. Ja. Ja. Ja, so viel dazu. Nächstes Video. Also macht's gut und schaut unbedingt mal auf seinen Kanal. Würde ich mich freuen. Ja, du kannst dich jetzt, du hast jetzt drei Sekunden, um deinen Kanal zu beschreiben. Was gibt's da? Comanikev, Comedy und Anime. Was? Was ist neu? Comanikev, Comani, Comedy und Anime. Wortwitz. Oder so ähnlich. Wortkreation. Also schaut euch vorbei und... ZEINERA! A ress tat! Was ist neuhips? ARD Text im Auftrag von Funk